In Finnland nimmt eine neue Regierung ihre Arbeit auf. Sie umfasst neben den Konservativen auch eine rechtspopulistische Anti-Immigrationspartei, die bei den Parlamentswahlen zweitstärkste Kraft wurde. Die extreme Rechte, aber auch extrem linke Parteien gewinnen in der politischen Debatte in Europa an Raum. Zum Nachteil der Parteien der Mitte. Da prallen pro- und antieuropäische Haltungen, Stellungnahmen für und gegen Einwanderung aufeinander. Die wichtige Rolle der sozialen Netzwerke zeigte auch die Episode der Gelbwesten in Frankreich. Die progressiven und konsensfähigen Ideen, der traditionellen Parteien werden von den Populisten aufgegriffen, sobald diese an der Schwelle zur Macht stehen, wie Marine Le Pens Kehrtwende zu Europa oder wenn sie bereits etabliert sind. Es bleibt abzuwarten, ob das Europäische Parlament eine Hochburg des Zentrismus. Bei den Parlamentswahlen 2024 den Angriffen der populistischen Parteien standhalten wird.